Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. Es gibt weitere Hammer-Neuigkeiten im Bezug auf Burning Crusade Classic, in die wir quasi jetzt direkt mal reinschauen werden. Es gab am Wochenende, am BlizzCon-Wochenende ein Interview mit den Burning Crusade-Verantwortlichen Brian Birmingham und John Hyde. Und die beide haben quasi hier ein paar sehr interessante Sachen nochmal preisgegeben, auf die wir uns in Burning Crusade freuen können. Und ich sage nur folgendes in der Schule schon mal, Trommeln werden genervt, Leute, aber dazu gleich mehr. So, wir gehen quasi direkt mal hier zu den Neuigkeiten, Leute. Ja, hier wird gesagt, dass wir quasi am Anfang von Burning Crusade wieder mit Layering rechnen können. Genauso wie bei Classic eben auch, einfach sehr, sehr viele Spieler, die gleichzeitig in das Spiel reinkommen wollen. Von daher möchte man hier wieder Layering verwenden, damit keine fetten Warteschlangen stehen am Anfang. Und ja, man möchte Layering quasi so schnell wie möglich abschalten, aber wenn es quasi zu sehr langen Warteschlangen kommt, dann wird Layering wieder aktiviert. Ich denke, damit können wir leben. So, zweite News, Leute. Es könnte sein, dass wenn die Warteschlangen langfristig so aus dem Ruder laufen, dass es einfach nicht möglich ist, dass die Leute angenehm spielen können, weitere Burning Crusade Classic Server kommen werden. Bevor das soweit kommt, würde man allerdings erstmal einen Server-Transfer für die Leute anbieten auf kleinere Server. Ja, finde ich auch den richtigen Weg. Da muss man einfach mal abwarten, wie groß die Warteschlangen werden. So, nächste News, wenn es in den Outlands, also in der Scherbenwelt, auch wieder zu Ressourcenproblemen, wie zum Beispiel beim schwarzen Lotus in Classic kommen sollte, dann wird Blizzard die Anpassung vornehmen, damit quasi diese Ressourcen auch wieder für alle verfügbar sein werden. Finde ich auch eine sehr gute Geschichte. Hat in Classic eigentlich auch relativ gut funktioniert. Und generell kann man sagen, dass es auch eigentlich in Burning Crusade keine vergleichbaren Materialien wie den schwarzen Lotus oder wie Devil's Saw Leather gibt. Von daher, ich glaube auch nicht, dass da so große Probleme auf uns zukommen werden. Nächste News, Burning Crusade wird in Patch 2.4.3 laufen, also dem Endpatch. Das heißt, genauso wie in Classic wird man sich hier an den letzten Patchstand halten, was die Klassenbalance und die Talente und das Itemdesign angeht. Das Gute ist aber, dass quasi so wichtige Implementierungen wie die Gildenbank oder andere Inhalte, die quasi im Verlauf von Burning Crusade gekommen sind, die werden von Fall zu Fall entschieden. Und finde ich absolut eine richtige Geschichte, weil es sorgt einfach dafür, dass die Klassen einfach von Anfang an die sehr ausgeglichene Balance haben von dem Endpatch, aber die einzelnen Dinge, die ins Spiel reingekommen sind, quasi nach intelligenten Logik ins Spiel implementiert werden. Das finde ich einfach eine sehr gute Kombi einfach. Und das bedeutet bei Zoe auch, Leute, dass die Classic World Dust für Level 70 Charaktere nicht relevant sein werden. Und das ist natürlich eine sehr, sehr gute News an der Stelle, dass die World Bus wirklich in Burning Crusade keine Chance haben, uns zur PvE wieder zu versauen. So, wir gehen weiter zu den nächsten News. Einfach noch eine kleine Nebeninfo an der Stelle. Und zwar braucht man zwischen Level 20 und Level 60 weniger Erfahrung, um hochzuleveln. Auch etwas, womit wir quasi schon gerechnet haben. Und einfach eine gute Geschichte, weil man dann etwas schneller in der 60er Welt hochleveln kann, wenn man noch einen Twink benötigt. So, kommen wir zu den nächsten News. Und die gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Und zwar die Attunements, also die Zugangsvoraussetzungen, um die Raids in Burning Crusade betreten zu können, sind quasi von Anfang an in unveränderter Form drin. Eine sehr, sehr gute Nachricht an der Stelle. Da haben auch viele mit gerechnet, dass vielleicht die gar nicht mehr ingame sein werden oder direkt in der generften Version. Aber das finde ich top, ja, von daher. Und mit späteren Phasen könnte es allerdings Erleichterungen geben, ähnlich wie damals eben auch, ja. Ja, das hätte man vielleicht auch noch weglassen können, finde ich. Aber vielleicht macht das hier sogar Sinn dann zu den jeweiligen Zeitpunkten. Muss man mal schauen. Aber auf jeden Fall können wir uns am Anfang darauf freuen, die schweren und langatmigen Zugangsvoraussetzungen zu haben für die Raids. Und jetzt kommen wir zu der absoluten Hammer-News aus dem Interview. Und zwar halten es die Entwickler für sehr wahrscheinlich, dass die Trommeln der Lederverarbeiter, ja, verändert werden. Und das ist einfach eine unglaublich gute Nachricht, denke ich mal. Für jeden da draußen, keiner von uns hat Bock auf die Trommelmeter gehabt, dass wirklich einen Hardcore und sehr guten Gilden dazu gezwungen wird, auf jeden Fall Lederverarbeitung als ein seiner zwei Hauptberufe zu nehmen. Ich denke, auch die Hardcore-Gilden werden sich darüber freuen. Es gibt sowieso genug andere Dinge, wo man mitmexen kann. Und so können die Leute immerhin so ein bisschen variabler bei ihrer Berufsauswahl sein. Finde ich eine sehr, sehr gute Geschichte und hätte ich auch wieder nie erwartet. Also ich bin wirklich immer wieder erstaunt, wie sehr Blizzard wirklich aus den Fehlern von Classic gelernt hat und wie sehr man dann doch auf die Wünsche der Community eingeht. Und ja, sehr, sehr gute Änderungen. Genauso geht es hier auch weiter mit der nächsten News. Die Entwickler sind sich darüber im Klaren, dass die Dungeons, also die 5-Mann-Dungeons in Burning Crusade, weit mehr im Fokus stehen werden als in Classic zum Beispiel. Auch auf Level 70 noch, weil man einfach, ne, die Hero-Dungeons, die Heroics, die wird man immer und immer wieder laufen. Bis werden sich sehr viele Dungeon-Gruppen bilden. Und daher macht es auf jeden Fall Sinn, hier zu überlegen, dass man vielleicht die existierende Obergrenze, die man quasi am Tag gehen kann an Dungeons, dass man die wahrscheinlich verändern wird. Finde ich auch eine sehr, sehr gute Geschichte. In der vorletzten News wird hier dann noch gesagt, dass sie auch einfach in Burning Crusade noch mehr gegen den ganzen Botter machen möchten. Das wäre auch sehr wünschenswert. Da gab es dann doch ein Classic, das eine oder andere Problemchen. Von daher, das würde mich sehr freuen, wenn man hier noch ein bisschen mehr machen würde. Und eine sehr wichtige und damit auch letzte News für das heutige Video. Es ist ihnen sehr wichtig, dass den Spielern ihr Gold, was sie quasi in Classic erfarmt haben, beim Übergang zu Burning Crusade Classic nicht weggenommen wird. Das finde ich, ja, denke ich, wird viele von euch auch erfreuen. Ich persönlich hätte jetzt auch ein kleines Gold Cap nicht schlimm gefunden, wobei es aber auch da sowieso Möglichkeiten gegeben hätte, wie man dieses Gold Cap umgangen hätte. Von daher, ja, ich denke, da werden sich auch sehr viele drüber freuen. Ja, Leute, das waren quasi die Neuigkeiten vom BlizzCon-Wochenende. Das heißt, wir haben hier tatsächlich im Developer-Interview nochmal sehr interessante und gute Einblicke bekommen in die Sichtweise, wie quasi Burning Crusade kommen wird. Und schreibt mir gerne eure Meinung dazu, wie immer, in die Kommentare. Ich werde mir die natürlich alle durchlesen. Und ich finde es absolut krank. Trommeln werden geändert, damit hätte ich nie im Leben gerechnet. Und ich muss sagen, ich freue mich, ich kann den Tag gar nicht mehr erwarten, wann das Dunkle Portal endlich aufgeht, Leute. In dem Sinne bis zum nächsten Video, Leute, euer Defiler. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020